So, das sind wir jetzt in Folge 31, das kann natürlich immer nachher anderen, je nachdem, vielleicht schneide ich das Video die Hälfte oder so, aber wir haben jetzt in meinem Bier, wird mal wahrgebracht, das mit dem Meld beitreten, ich glaube, jetzt können wir immer wieder mal ein bisschen machen, ich habe das ja letztendlich einmal gemacht, das ist gerade in Algerien, wenn ich mich richtig erinnere, reinkommen, suchen die Schweizer Frau und so, haha, wenn wir eben gerade bei Gelegenheit da sind, können wir ja gerade nochmal schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen herstellen können, oder schmieden lassen, ah, die können wir erhalten, die haben wir noch in Auftrag gegeben, okay, ich bin mir gar nicht sicher, was die eigentlich gut sind, okay, kann man zum Verstärken von Waffen verwenden, als Alternative echt zu anderen Waffen, auf Stufe 1 oder so, ich weiss nicht, ob das jetzt wirklich einen Vorteil hat, das zu nutzen, und ob es Sinn macht, das Ding, aber ich meine, ja, wir haben Führung auch nicht, haha, Sonst können wir dann wieder Materialien holen, ähm, jetzt mit dem Minderwertigen, weiss ich jetzt halt auch nicht, ob es sich wegkommt, aber ja, ähm, sonst gibt es sicher eine Mechanik, wenn man das irgendwie verkaufen kann, also gut, also wir haben uns das Zeug hier in Auftrag gegeben, ja, ja, das ist ja aber sonst, okay, da können wir dann vielleicht nochmal den, auch beim Alchemist, äh, schauen, äh, jetzt gehen wir, äh, jetzt gehen wir, aber jetzt partieren wir uns mal zum Weingut, Weingut Morgenritte, und da haben wir, noch etwas los, genau, äh, von oben da lab, ist besser. Flieg, mein Kleines. Äh, für was die Schmetterlinge da gut sind, weiss ich auch nicht genau, aber sie wirken, sie sehen auch wertvoll aus. Vielleicht sind sie es gerade nicht, ich weiss. Okay, weiter im Takt. Man lässt sich halt im Game so schnell ablenken, ist halt ein Teil vom Spass davon, wie man sagen, aber man kann schnell mal stundenlang umrennen, obwohl man eigentlich nur mal geschwind eine Aufgabe machen wollte. Eine Mission. Ähm, ist es jetzt ein Zufallsevent, oder hat das mit dem zu tun? Egal. Mir eilen natürlich sofort zurück. Ist zwar blöd, wenn wir jetzt keine Beamen haben. Ich weiß nicht, was ich mache mit Barbara. Die schwarze Barbara. Die schwarze Barbara. Äh. Ich hätte dich nie gekannt. Die schwarze Barbara. Hm. Das ist eine spezielle Art von Veganismus, wo nur mit schwarzem Holz, äh, äh, praktiziert wird. Also man tut dann nur Holz essen, wo, äh, 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 so wie süsses Holz, äh, kalte statt süsses schwarz. Äh. Und wo die auch so Holzkloppen hat, Holz, äh, 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 Kommt. Aha. Die schafft. Moment immer nicht. Verweigender Palad. Gut. Ich werde meinen Auftrag abgeschlossen sein. Ich frage mich jetzt. Aber ist das wirklich eigentlich der Auftrag gewesen? Ist das sozusagen nur ein Vorwand gewesen, dass wir da hinzukommen? Wirklich? Also sozusagen das ist eigentlich die Mission gewesen. Also wenn wir jetzt zum Ding müssen. Zum Wigeln. Interessant. named Oder direkt Kaatsch Ich habe es selbst in der Ecke, die steht. Hier kommen wir nicht. Jetzt wird man ja den ganzen Weg saufen, oder? Ja, sehe ich nicht so aus, als ob es da nicht irgendetwas aufzuräumen geht. Ah, da kommt eine Auftrag zu sehen. Das sieht einfach so aus. Um mich zu betrinken. Nicht passierbar. Ja, ich habe ein paar Monster-Klatschen. Wie sehe ich das? Ich werde das übernehmen, natürlich. Okay. Nuh-uh. Wir sind ja da peakfeministisch mit nur Frauen im Team. Wir sind ja da peakfeministisch. Ja, 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 ja. Mal schauen, wie es mit denen geht. Brötchen. Fakt nicht so gut. Ah, ich habe Energie mehr. Fuck. Ich habe Energie mehr. Ah, ich kann nicht mehr zwingen. Oh, das ist schwer. Ich kann nicht mehr zwingen. Ich kann nicht mehr zwingen. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr wünscht. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr überzeugt. Ich kann mich gar nicht treffen, oder? Gigi, geht direkt. Ja, das ist doch... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Pem. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Oh, jetzt in der Fall ist das auch. Ah, da kann du wieder schießen, das ist so geil. Ah, ich weiß nicht, das ist so geil. Ah, das ist besser. Gut, haben wir es geschafft. So, okay. So, okay. So, so, so. So, so. So, so. So, so. Wir melden uns zur Stelle. Wir haben es geschafft. So, so. 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 Ah, mal vertrekken. Doch? Das habe ich auch verslommen. Okay. In der nächsten Folge, die Reinigung, die Mission, die wir hierher gekommen sind.